Einen wunderschönen guten Tag und ja, nicht herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Gefühlsbetont und gut erholt. Heute an dieser Stelle sollte eigentlich die fünfte Episode meiner Podcast-Reihe erscheinen. Ein bisschen eine Spezialsendung sozusagen. Wir hatten einen Gast eingeladen, es sollte ein bisschen so eine Art Abonnentenspecial werden und wir hatten als Aufnahmetermin gestern Abend, Samstagabend, vor uns vorgenommen. Aber bei all dem, was in der Nacht von Freitag auf Samstag passiert ist und bei all den Informationen, die am gestrigen Tage, im Laufe des gestrigen Tages hochgekommen sind, die man verfolgen, lesen, sehen konnte, hatte ich irgendwann das Gefühl, ich kann mich abends nicht hinsetzen und eine lustige, entspannte, vielleicht ein bisschen witzige Sendung machen, in der ich irgendwas feiere oder vielleicht auch nur sowas Banales mache, wie mit euch über YouTube zu diskutieren. Und deswegen habe ich relativ spontan und relativ kurzfristig dann diese Aufnahme abgesagt, sowohl Thomas als auch unserem Gast und habe beschlossen, dass es diese Folge nicht geben wird, sondern dass wir sie verschieben werden und ich heute keine neue Gefühlsbetont und guterholt Folge für euch habe. Der ein oder andere mag jetzt vielleicht sagen, aber hey, es sterben jeden Tag überall auf der Welt Hunderte und Tausende von Menschen und das stimmt. und das ist auch nicht gut, aber diese willkürliche Form der Brutalität und der Gewalt und diese Hemmungslosigkeit, mit der am Freitag ganz gezielt Leute angegriffen wurden, die schlussendlich entweder auf ein Konzert gegangen sind oder in ein Restaurant oder eine Bar oder einfach nur über die Straße gelaufen sind in unserem Nachbarland, das hat mich vielleicht eben dann doch mehr getroffen als die ganzen Kriegsmeldungen und so, die man jeden Tag in den Nachrichten sehen kann. Das mag man komisch finden, aber es ist so. Und natürlich muss das Leben weitergehen und das wird es auch und natürlich werde ich weiter Videos machen, aber jetzt wollte ich erstmal einen Tag oder zwei durchschnaufen und irgendwie ein bisschen darüber nachdenken, was das für eine Welt ist, in der wir leben, in der solche Dinge immer realer werden und immer häufiger vorkommen, Dinge, die man sich vor einigen Jahren vielleicht noch nicht vorstellen konnte. und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Es tut mir leid für diejenigen unter euch, die sich gefreut haben auf die neue Folge. Wie gesagt, die wird es geben, die kommt nur später. Ja, wenn ihr dafür Verständnis habt, bedanke ich mich an der Stelle, wünsche euch einen schönen Sonntag. Ja, da gehört. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020